Na, erzähl mal, wie war ich denn so? Soll ich jetzt total ehrlich sein? Ja, also, da geht ja wohl nie anders, ja. Aber da kannst du auch nette Sachen erzählen. Nein, das ist ja auch alles nur nett. Du warst süß. Du warst süß, du warst aber auch ein kleiner Hate-Smurf. Was war ich? Ein Hate-Smurf. Was ist ein Hate-Smurf? Ein Hate-Smurf ist dieser Schlumpf, der so steht und sagt, ich hab heute keine Lust. Leute, das ist heute nicht mein Tag, das Wetter ist schlecht, ich mag die Band nicht, ich mag das Licht, die Moderation ist schlecht, alles ist schlecht. Und dann, das hast du manchmal gemacht, manchmal, und dann hab ich dich gepackt und hab gesagt, Klaas, wenn du mit mir moderierst, dann hast du gute Laune zu haben. Ich weiß das noch, ich kann mich da noch dran erinnern. Du hast irgendwann mal mich zur Seite genommen und hast gesagt, das ist ja alles gut hier und du kannst ja gut Sachen auswendig lernen und da irgendwas da reden. Aber ganz ehrlich, du lachst nicht. Du musst mehr lachen. Wenn du die ganze Zeit immer nur so ernst guckst, mag dich keiner.